Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stamm-Tisch! Hallo und herzlich Willkommen zur Besprechung von der Exorzist Bekenntnis, der seit dem 5. Oktober in deutschen Kinos läuft, der neue Film von David Gordon Green, der sich ja verdient gemacht hat zuvor mit der neuen Halloween-Trilogie, die ja nicht ganz so beliebt ist und es eben auch den Exorzisten nochmal als Legacy-Sequel in die Kinos bringt. Ich bin der Stu und ich bin heute nicht alleine besessen. Ebenfalls das umgedrehte Kurz-Effekt anbieten tun heute der Max und die Schlogger. Hallo ihr zwei! Hallo! Oh Gott, der war jetzt aber abgesprochen. Ich muss mich ein bisschen lauter machen. Der ist so vorhersehbar wie der Film vielleicht? Ja, nee, der Film, der war so... Ich liebe es, wenn das Vatet schon in der ersten Minute drauf hält. Das ist immer besser. Ich hab einen viel Leichtipp angehangen. Voll! Man weiß ja, soll ich euch mal erzählen, was es in dem Film geht? Wartet noch ein bisschen. Ich möchte gerne noch ein paar Sachen von euch wissen, weil es ja wirklich ein, ja, basiert ja auf einem sehr erfolgreichen Horrorfilm. Ich würde fast schon sagen, ein Franchise. Das ist, glaube ich, der fünfte oder sechste Film, je nachdem, wie man die letzten meinen Prequels zählt. Exorzist ist immer ein großer Name. Deswegen meine Frage, wie steht ihr denn zum Exorzisten-Genre und vor allem zum Originalfilm von 1973? Und weil ich mir ungefähr vorstellen kann, wie Schloggers Antwort ausfällt, fange ich mal mit dir an, Max. Oh, ja. Eins und, also eins ist der Klassiker, ist der Urvater des Horrorfilms, würde ich sagen. Und dann Teil 3 mochte ich auch noch sehr gern. Das ist ja der Teil mit dem vielleicht berühmtesten Jumpscare aller Zeiten oder dem Urvater des Jumpscare. Weiß nicht, wie man das bezeichnet. Was ist mit deinen Urvätern immer? Ja, keine Ahnung. Das ist halt so ein Exorzisten-Ding, ne? So die Katholiken und ihre Urväter. Und die anderen kenne ich gar nicht, glaube ich. Zwo vielleicht mal gesehen, so, keine Ahnung, im Abendprogramm von RTL 2 zu Zeiten, als noch, wie hießen die, die sexy Sports-Clips auch noch liefen, so als Konkurrenzprogramm. Geile Exorzisten, verwöhne ich steif auf der Line, ja. Nee. Geile Exorzisten, lutschen Schwänze in der, keine Ahnung. Also, ich würde sagen, ich glaube, man kommt ja auch gar nicht dran vorbei, dass man den Exorzisten, das ist so eine schöne Melange aus Katholiken und Dämonen und… Alles Böder. Ja, alles Ding und dann den schönen Nebel und New York lieben wir. Ist es überhaupt New York? Glaub schon. Ja, ich habe natürlich alle Filme gesehen, mehrfach und die zählen zu meinen absoluten Lieblingsfilmen. Die Poster hängen über meinem Bett und ich schlafe dazu ein. Auch über das Bett deiner Kinder. Das ist die Antwort, die du gedacht hast, dass von mir kommt. Nein. Genau, ich dachte noch, dass du sowas sagst wie zu der Titelmelodie von Exorzist gehe ich immer einschlafen. Ja, genau. Und ich habe meine Kinder auch nach den besessenen Kindern benannt, die mir jetzt auch einfallen, weil ich die Filme schon so oft gesehen habe. Also, ich habe, ich glaube, ich habe den ersten vor Jahrtausenden mal gesehen, kann mich aber nicht wirklich dran erinnern und das war, glaube ich, auch schon meine Antwort dazu. Tolle Antwort, das ist wahrscheinlich die beste Antwort. Ja, ich muss mir gleich erklären, ich bin ja kein großer Horror-Fan und Horror-Gucker, gucke aber gerne gute Filme und dazu gehören eben auch diverse Horror-Filme. Also, ich, ich verstecke mich nicht vorm Horror und habe, wie gesagt, habe den Exorzisten im ersten auch gesehen, aber konnte mich nicht mehr so richtig dran erinnern und zwar so wenig dran erinnern, dass ich nicht mal mehr wusste, ob das besessene Kind am Ende überlebt oder nicht. Apropos Horror, darf ich, darf ich doch mal eine Frage stellen. Du hast doch den, jetzt in der Pressevorführung, hast du den ja jetzt genießen dürfen mit dem Wolf, oder? Also, ich habe den Film jetzt entgegen meiner sonstigen Gewohnheiten geguckt, weil mich die Jungs vom Horror mit Ohr hintendran dazu überredet haben, in die Pressevorstellung mitzugehen. Hast du sie jetzt gefragt, ob sie den Wolf genossen hat? Das ist doch immer so, man holt sich dann erstmal eine große Cola und ein Stück Wolf und dann geht man ins Kino. Genau, so mache ich das immer. Also, wegen dem Horror-Podcast bin ich da in diesem Film dann gelandet. Müsst ihr Cross-Promotion machen hier. Werde ich mir anhören, also wenn die Jungs darüber einen Podcast machen, ich höre die ja ganz gerne. Alle zwei Wochen samstags kommen ja die neuen Folgen aus und ich bin nicht immer ihrer Meinung, aber ich gönne ja jedem ihren falschen Geschmack. So auch den Jungs von Horror. Ja, ich sage noch eben kurz, was ich vom Exorzisten halte. Also zum Original. Original von 73 ist ein Meisterwerk, ein Kultklassiker, der immer noch echt effektiv ist. Mit einer gruseligsten Filme, die es gibt, meiner Meinung nach. Ich habe die Nachfolger alle gesehen. Der zweite Teil ist Mist. Der dritte Teil ist super, ist aber, was vielleicht einige nicht wissen, im Grunde kein Exorzistenfilm, sondern da wurde dieses Exorzismus-Ding einfach so draufgepropft. Das ist etwas, was uns jetzt gleich auch nochmal begegnen wird. Und diese beiden Prequels, wo das eine ja von Paul Schrader gemacht worden ist und das andere Rennie Harlin, das ist eine sehr interessante Produktionsgeschichte, die ich jetzt hier nicht aufdröseln möchte, habe ich den Rennie Harlin-Film damals in der Sneak gesehen. Das war meine allererste Sneak-Review. Echt? Und fand den damals schon scheiße und ich habe ihn auch, glaube ich, nur einmal gesehen, deswegen bleibt es dabei. Ich finde, dass der Exorzist, das ist so eine Reihe, die fängt halt super stark an und ich vergleiche es immer gerne mit dem Weißen Hai, denn nach dem Weißen Hai gab es eben auch noch gute Hai-Horror-Filme, aber es war halt immer so der Weiße Hai, weil der Weiße Hai hat prinzipiell schon alles gesagt und getan und die Sache war damit auserzählt. Und genauso, finde ich, ist es mit dem Exorzisten und halt eben diesen, ich nenne es mal Besessenheitsgenre. Nichtsdestotrotz haben jetzt Blumhouse und Universal gesagt, komm, was soll's, machen wir mal einen neuen Film, der sich als Legacy-Sequel versteht, will sagen, er ignoriert alle Fortsetzungen. Es gibt da nur den ersten Teil, es ist also quasi eine direkte Fortsetzung zum Original. Ich weiß, Max, du wolltest es tun, aber ich weiß, wie gut du in Synopsen bist, deswegen, Schlogger, kannst du uns kurz erklären, worum geht es in Exorzismusbekenntnis? Ja, ich kann, das macht es ja am liebsten kurz und knapp, hier geht es darum, dass wir nicht nur ein besessenes Kind haben, sondern direkt zwei. Zwei befreundete Highschool-Mädels verschwinden nämlich im Wald, dann haben wir die besorgten Eltern und ein paar Tage später kommen die zwei Mädels, tauchen die wieder auf und sind plötzlich besessen von was auch immer. Und nun geht es darum, wie gehen wir damit um, dass wir jetzt zwei besessene Kinder haben. Kurz und knapp zusammengefasst, präsentiert bei Schlogger. Die war scheiße. Hör mal auf mir zwei von zehn Ratings hier in meine Worte und meine Sätze zu geben, wir sprechen über diesen Film. Ich bin doch bloß neidisch, ist so. Ja, danke. Ja, Fazit würde ich sagen. Okay, ich sage es mal gleich vorweg, ich finde den Film nicht gut und es ist einer der Filme, als ich aus dem Kino gekommen bin, dachte ich mir so, ah, der ist halt nicht gut, aber was soll's. Aber, und das ist jetzt schon ein paar Tage her, dass wir den geguckt haben. Das ist so, bei mir ist das passiert, so das Gegenteil davon, dass ein Film gewachsen ist, der ist bei mir mehr geschrumpft. Und eine der Sache, die ich halt irgendwie ganz, ganz seltsam fand, das ist halt ein Film, der hat keine Titlecard. Das heißt, der Titel wird erst ganz zum Schluss im Abspann eingeblendet. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber bei mir war es so, dass sich die ersten drei Viertel des Films angefühlt haben wie ein Prolog. Ich saß im Kino und dachte, wann geht's jetzt eigentlich mal los? Und dann, nach ungefähr 90 Minuten, kommt halt eben, oh ja, Exorzismus. Jetzt habt ihr den Exorzisten und dann ist der Film vorbei. Ich fand das Pacing echt seltsam. Wie war's bei euch? Tatsächlich, die erste Stunde war so, gibt's doch diese True-Crime-Serien auf Netflix. So, keine Ahnung, wenn Madison Monroe auf einmal im Wald verschwindet oder so. Und dann kam sie wieder zurück und ihr Mann hatte Blut unter den Fingernägeln und keiner wusste, wo ist das Kalb hin? So, in etwa war so diese erste Stunde. Und dann kamen halt die katholischen Avengers plus der Voodoo-Frau und haben dann mehr oder weniger so Halali zum Exorzismus geblasen. Was irgendwie tatsächlich, also wenn der Film, wenn ich nicht gewusst hätte, wenn das jetzt eine Sneak-Preview gewesen wäre, wobei, man hat ja schon ein bisschen Voratmung. Aber angenommen, ist eine Sneak-Preview, du hast vorher noch nie irgendwas von Exorzismus-Filmen gesehen oder gehört, dann weiß ich nicht, ob man da überhaupt gewusst hätte, was da gerade überhaupt passiert. Oder was für eine Art von Film das jetzt sein will. Ich beziehe mich tatsächlich auf will, nicht auf sein soll, denn ich glaube, in diesem Film steckt mehr Kalkül, was in die Hose gegangen ist, als man glauben mag. Also ein Kalkül. Ach, Wortspiel, nehme ich. Ja, dann steige ich doch gleich ein. Und zwar, es war tatsächlich so, wir haben es ja schon erwähnt, ich bin jetzt nicht so der Horrorfilm-Profi. Das heißt, ich habe wirklich sehr wenig oder nicht so viel gesehen. Es kommen ja ziemlich viele Horrorfilme raus. Und ich dachte auch so, ach, so sind die Horrorfilme heutzutage. Das ist ja eigentlich ein Drama. So fing der Film ja so an. Das ist wirklich, das ist ja ganz harmlos. Wie schön. Und ich glaube, das ist ein ganz schlechtes Zeichen, dass ich den wirklich auch nicht so gruselig fand. Und es war ja auch wirklich so mit den Horrorjungs. Wie gesagt, wir wollten einen richtigen Hatewatch machen. Also was gucken, von dem wir wussten, das wird richtig schön scheiße. Das genießen wir jetzt. Und dafür war der Film nicht mal das Konterer. Weil irgendwie war er nicht so schlecht. Also er war filmisch gesehen irgendwie okay. Aber einfach völlig belanglos. Und dieser Anfang war eben wirklich, dass ich dachte, ach, das ist aber nett vom Film. Dass er mir zuliebe so harmlos jetzt ist. Das ist ja schön. Ja, da habe ich den Filmgöttern. Vielleicht bin ich schuld. Das war schon die Theorie, dass dieser Film so lahm ist, damit ich den Film genießen konnte. Genießen in 500 Anführungsstrichen. Aber was ich halt wirklich, wirklich fast schon kurios finde. Du hast das Original, das 50 Jahre alt wird dieses Jahr. Und das Original ist nicht nur in Sachen Intensität, sondern auch in Provokation. Dem neuen Teil, diesem Legacy-Cycle, um Meilen überlegen. Was früher halt wirklich ist. Also du hattest 73, das kann mich gar nicht vorstellen. Gibt es diese Szene, wo diese kleine Ragon sich das Kreuz zwischen die Beine haut. Der Kopf wird von ihr verdreht. Sie kotzt. Sie beschimpft Leute. Es gibt diesen wunderschönen, legendären, sehr poetischen Satz. Deine Mutter lutscht Schwänze in der Hölle. Und in Bekenntnis gibt es das eigentlich fast gar nicht. Also da ist das höchste. Also da hört sich Provokation ungefähr so an. Deine Mutter macht unflätige Sachen im Totenreich. Könnten Sie bitte sagen, sie soll damit aufhören? Deine Mutter hat schon mal einen Pimmel angefasst. Ja, wenn sie wenigstens ein Pimmel wäre. Ich möchte, dass wir den Film neu synchronisieren. Ja, aber es ist ja wirklich so, dass eine schlimme Zeile in dem Film sein soll, dass ein Kind ein bisschen blutig durch eine Kirche läuft und ruft, Körper und Blut, Körper und Blut, Körper und Blut. Oder wie auch immer. Wir haben ja auf Englisch gehört. Und das soll dann großartig sein. Ja, Body and Blood, genau. Ganz ehrlich, das war mit eine der herbsten Enttäuschungen. Weil diese Szene mit diesem Mädel, die besessen ist, die ist ja schon auf dem Poster drauf. Also die ist relativ prominent. Mit der wird der Film auch beworben. Und das ist ja an und für sich auch eine prima Ausgangslage. Du hast ein besessenes Mädchen, das mit in der Kirche steht, umgeben von Spießern und denkst dir, okay, lass mal, jetzt gib mal. Und das Einzige, was passiert, ist, dass das Mädel da irgendwie das Kreuz halt anbellt. Immer Body and the Blood, Body and the Blood. Und das war's. Und da muss ich wirklich sagen, Da muss man sich ne Bibel zwischen die Beine schieben. Ja, macht was. Entweder haben sie halt wirklich was so krasses gedreht, dass sie gesagt haben, nein, das können wir den Zuschauern nicht zumuten, was ich nicht glaube. Oder aber, sie hatten einfach keine bessere Idee. Nee, der Film ist wie so ein Finanzbeamter, tatsächlich. So wie sich Leute im Finanzministerium wahrscheinlich... Das ist Peter Zweigart. Ja, ich glaube, Peter Zweigart hat das Drehbuch geschrieben für den Film, tatsächlich. Der ist ein bisschen so, keine Ahnung, auf dem Whiteboard vor vier Ursels. Keine Ahnung. Also ich habe mir auf jeden Fall... Ich habe mir bei diesem Film, ich musste mir nur dreimal die Augen zu halten und das ist schon ein bisschen lächerlich. Und also die eine Szene, wo ich mir die Augen zu halten musste, die war wirklich, glaube ich, gut. Das ist mit... Wie heißt denn die Frau aus dem Originalfilm? Die sieht man ja auch im Trailer. Das ist die... Al-Aurtsin als Chris McNeil. Genau, die Mutter. Der passiert ja was und das fand ich, glaube ich, ganz okay. Da habe ich weggeguckt. Das war gut. Da hast nicht nur du weggeguckt, sondern auch sie. Wobei, da muss ich auch klar sagen, ich fand es ziemlich unwürdig, wie sie mit der Figur umgesprungen sind. Ich fand das unnötig. Diese Figur tatsächlich. Weißt du, was das Krasse an diesem Film an sich war? Also es gibt ja dann so diese Stelle, wo sie diese gute Frau aufgrund ihrer Vorgeschichte dann besuchen und die wird dann eingeführt in diesen Film. Und im Prinzip, der Film hätte erstens mal ohne sie genauso funktioniert und die hätte da gar nicht auftreten brauchen. Ich meine, der ganze Film, der hätte nicht der Exorzist irgendwas. heißen müssen. Absolut. Den hätte man auch zwei Mädchen bei. Du hättest diesen ganzen Unter- oder Überbau zum Original entfernen können. Hättest du zum einen einen wesentlich strafferen Film gehabt und zum anderen hätte, also durch diesen Namen alleine hast du eine gewisse Erwartung. Ich meine, allgemein, wenn du einen Film, einen Horrorfilm zum Thema Exorzismus bringst, hast du immer das Original von 73, was so wie so ein Damok, das Schwert über dir spielt. Das ist ganz normal. Und dann gehen die hin und nehmen nochmal und sagen, das ist übrigens ein Legacy-Cycle zum Original und dann kriegen die es nicht gebacken, das auch richtig zu nutzen. Das ist, also dieses Ganze, dieser ganze Unterbau ist unnötig. Zieht den Film nur in die Länge und bringt wirklich gar nichts. Ich finde, damit haben sie sich keinen Gefallen. Ja, was ich gehört habe, genau, das ist doch eigentlich fast genau der Exorzist, das Original, nur nochmal gedreht und in schlecht. Das ist ja nicht mal irgendwas Neues. Und man macht das more of the same. Genau, zwei Mädels. Nee, also so vom... Ja, aber ganz ehrlich, Entschuldigung, bei dem Original hast du ja, da wird ja eine ganze Zeit lang dieses Zimmer auch gar nicht verlassen. Das ist ja viel intimer und auch viel, ich habe ja schon gesagt, intensiver und auch provokativer. Ja, ja, besser, genau. Es gibt eine Szene, die ich gut fand. Es gibt eine Figur, das ist gespielt von Anne Douth, eine Krankenschwester. Anne Douth kennt man unter anderem aus Harry's Harry, der ist die eine, die Toni Collette in diesen Kult mit reinbringt, wo ihr der Dämon etwas zeigt und man sieht ein blutiges Lagen, muss man so ausdrücken. Das ist eine gute Szene, wie ich finde. Aber dafür müsste es mehr gehen. Das ist aber auch tatsächlich... Und das passiert ja nicht. Obwohl, nee, ich wollte gerade sagen, diese Szene, das ist die Einzige, die irgendwas mit den Vorgängern zu tun hat, aber stimmt ja überhaupt nicht. Schneids, ach, lass drin. Ja, also die Anne Douth mochte ich auch und zu den Sachen, die ich auch mochte, also ich fand ja, wie gesagt, dass der Film handwerklich jetzt nicht völlig scheiße ist, also von der Optik her, vom Pacing her vielleicht. Und ich mochte auch den, der den Vater spielt, also der Leslie Autumn Junior, also den Hauptdarsteller, den wir auch so ein bisschen verfolgen. Ich fand den irgendwie, dem habe ich es abgenommen. Der hat auch öfter mal so geguckt, wie ich gedacht habe, sehr skeptisch nämlich. Und irgendwie den fand ich auch gut. Ja, also der Film ist, technisch ist der solide gemacht, finde ich auch. Darstellerisch gibt er sich eigentlich auch keine Blöße, aber ich finde halt, wenn es so um die Kernkompetenzen des Genres geht, versagt er. Ja, total. Und was ich auch gehört habe als Kritik, also es passiert ja was während des Exorzismuses, äh, negativ, keine Ahnung, dass, das, ach, das sieht man auch schon im Trailer, genau, da ist ja dann dieses, eins von zwei Mädels muss jetzt sterben, ihr müsst entscheiden. Und das widerlegt ja so ein bisschen, warum hat der Teufel, während er gerade exorziert wird, oder der Dämon oder die Dämonen, so viel Macht, da auch noch Verhandlungen, Verhandlungsraum zu bekommen. Also wieso darf der das dann entscheiden, während er eigentlich gerade rausgetrieben wird? Ich weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht liegt das jetzt an, am UN-Menschenrechtstribunal für Dämonen oder sowas. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe das Ende auch nicht richtig verstanden. Es ist schön, das haben wir ja schon im Vorgespräch. Ja gut, dann, ich glaube, dass da zwei, drei Seiten im Drehbuch fehlen tatsächlich. Die hat den Teufel rausgerissen. Ja. Was ich halt, was ich halt noch dem Film geben möchte, es ist ja schon bereits ein zweiter Teil angekündigt, Exorzist Deceiver für Frühjahr 2025. Und ich finde, dass der Film zumindest jetzt so endet, dass es nicht dringend notwendig ist. Es ist jetzt kein so offenes Ende. Es wirkt schon relativ abgeschlossen. Zwar immer noch ganz klar, dass die ein oder andere Tür offen steht für eine Fortsetzung. Und es gibt auch viele Fragen, die noch nicht geklärt worden sind. Aber so be it. Trotz allem bin ich aus diesem Kino rausgekommen und dachte mir wirklich so, was sollte das denn jetzt? Also bei Halloween, also dem neuen Halloween, konnte ich es irgendwie verstehen, was sie vorhaben. Bei dem, ich habe keine Ahnung, was das sollte. Also du meinst jetzt so in Bezug auf... Was der Film sollte oder das Ende sollte? Alles. Ich war einfach nur ratlos und einsam und allein. Ja, also was ich so höre, was wirklich klingt, als wäre euer Argument, dass das Exorzisten, dieser Deckel, dass der einfach dem auch weglassen könnte, das finde ich so bezeichnend. Das passt wirklich zu der ganzen Kritik hier. Und das Ende habe ich aus meiner Sicht schon verstanden. Fand ich auch ganz nett. Ich mag so solche tragischen Dinge und es war auch irgendwie für mich logisch, warum das passiert ist. Und es war für mich auch abgeschlossen. Ich wusste nicht, dass da noch mehr hinten dran kommt. Also den Film könnte man jetzt fertig und jetzt den Hunden geben, sozusagen. Und niemand müsste mehr erfahren. Aber zum Beispiel, was halt dort im Raum besteht, ist natürlich, der Film fängt ja in Haiti an und das ist ja, dem Film ist es ja besonders wichtig, immer wieder zu sagen, Exorzismus ist nichts Katholisches. Willst du sagen, Exorzismus ist jetzt Vogue? Ja, gut. Das ist im Voodoo auch schon Exorzismus. Keine Ahnung. Das fand ich auch okay. Aber da haben sie auch nicht viel draus gemacht. Das passiert dann einem. Fuselt einfach so nebenher mit. Also wenn sie da wirklich so die Avengers irgendwie der Exorzisten holen aus allen Weltreligionen, dann wo ist unser Mönch? Fehlt mir. So ein buddhistischer Mönch. Da macht es doch richtig. Keine Ahnung. Dann holt auch einen Iman rein oder sowas. Keine Ahnung. Kennt ihr die superbesten Freunde von South Park? Ja. Nee. Mit Jesus, der mit seinen Zimmermannsfähigkeiten glänzen kann. Aber das klingt gut. Klingt so, als würde ich lachen, wenn ich es sehe. Ja. Also, es gibt so ein paar Fragen, finde ich halt, die noch offen sind. Zum Beispiel, wie genau haben die sich jetzt angesteckt, sage ich mal. Ich meine, im Original wurde das auch nicht so richtig erklärt. Aber ich finde jetzt, in dem Teil ist es so eine Mischung aus, ja, wir lassen es so ein bisschen. Es ist so im Halbdunkeln. Es gibt ja da diesen Ort im Wald. Und vor allem gibt es ja auch zu Beginn im, ich nenne es mal in der Vorgeschichte, wo wir halt erfahren, wie der Vater halt zu seiner Tochter gekommen ist, beziehungsweise wie der Vater zu seiner Meinung zu Gott gekommen ist. Ja, auch eine Szene, wo man eventuell, ja, argumentieren könnte, dass dort schon so ein bisschen das Böse drin lauert. Okay, jetzt, ja, ich versuche gerade, mich an den Film zu erinnern, an welche Stelle du meinen könntest. Du, ich gehe hier auch gerade nur Stichpunkte ab, denn ohne diese Stichpunkte würde ich hier auch nur setzen und sagen so, nee, war nicht gut. Ja, das finde ich schon okay, weil, wie gesagt, es war im Original auch nicht so klar und das habe ich dann einfach angenommen und das war für mich in Ordnung. Das, was du meinst vom Anfang, da habe ich auch erst kurz gedacht, okay, ist das jetzt was Gutes oder was Schlechtes, was hier passiert und war dann auch offen. Genau, und das ist, dann haben sie halt eine Richtung eingeschlagen und das war für mich dann eben auch eine Erklärung, warum das Ende so gekommen ist, wie das Ende gekommen ist. Ja, gut, ähm, tatsächlich bist du jetzt die erste Person, die da irgendwie einen Zusammenhang, und ich finde es gut, dass du das machst, denn, es macht sogar ein bisschen Sinn. Ja, was entgegen, wie ich finde, keinen Sinn macht, ist, dass sie halt so relativ auf Zwang so ein paar, ja, Mechaniken des ersten Teils nehmen, zum Beispiel, dass im ersten Teil hin und wieder immer noch diese Dämonenfratze so eingeblendet wird, wenn du nicht damit rechnest, und das machen sie jetzt hier auch, aber das halt so penetrant und so ungelenkt, dass es irgendwann nur noch lästig wurde, finde ich. Wobei man auch sagen muss, ähm, hätten sie es vernünftig gemacht, oder vernünftig durchgezogen, dann hätte das schon durchaus Potenzial gehabt, zumindest auf bildlicher Ebene, dämonisch und böse zu wirken. Das ist ja der große, das ist mein großer Kritikpunkt, das ist, dass so ein Film ja eigentlich böse wirken muss, weißt du, das muss ja, das, das Urböse irgendwie, du musst da im Kino sitzen, du musst, musst Angst haben, und dich, und das, das, das schafft der Film einfach nicht. Also, Max, wir beide haben ja, das große Glück gehabt, dieses Jahr zusammen, diesen Talk to me im Kino zu sehen. und da gibt es ja auch so ein paar, ich sag mal, Höllenszenen, ein paar kurze Einstellungen, auch, sag ich mal, eine Art von Dämon, und ich finde halt, Talk to me, es schafft das halt wesentlich besser, dieses Dämonisch, dieses Bösartige halt rauszukristallisieren, als jetzt der Exorzist kennt. Weil es auch, ich meine, das ist ja eine Sache, du, man muss ja immer, ähm, im, im Hinterkopf behalten, der Original Exorzist ist ein gruseliger, und schauderlicher Film, der ist jetzt noch gruselig, aufgrund seiner Sache, aber er ist halt auch 50 Jahre alt, und wenn du jetzt jemanden mehr oder weniger mit den, mit der gleichen Härte irgendwie treffen willst, da musst du natürlich auch die Mechaniken, modernen Filme machens irgendwie, äh, damit reinnehmen, ne, da hilft es nicht, dass du einfach bloß bessere Kameras hast, und dann die gleichen Bilder irgendwie zeigst, das ist ja dann, weißt du, ist ja dann ausgelutscht, und das hat Talk to me einfach, das ist, ist ein modernerer Ansatz gewesen, da waren halt eben die, die, die Hölle war da mehr, äh, mehr Hieronismus, Bosch, im Instagram-Style, weißt du, und, äh, so musst du das halt dann auch irgendwie machen, man muss ja so Leute wie dich und mich, äh, dann auch mal überraschen. Für mich war's super, das war so reich gespülen. Das ist, weißt du, ja, und ich glaube, Hieronismus-Bosch ist auch mehr so der Mastodon-Typ, aber das sei nur hier, oder so. Okay, ähm, ja, also, ich von meiner Seite bin, bin, bin leer. Ich kann nichts mehr dazu sagen, außer vielleicht noch ein gleicher Fazit. Aber wenn ihr noch was habt, Mir hat zu dem Film überhaupt schon irgendwas gesagt. Ich finde, dass unsere Besprechung so war wie der Film bisher. Ja, wir geben euch halt einfach das filmische Erlebnis, kompakt, komprimiert, wir geben euch das Gefühl, äh, äh, Nee, tatsächlich jemand. Ganz ehrlich, der Film ist genauso wie diese Besprechung, es passiert lange Zeit nichts, in seinem Schlusstag geschluckt er wie er ihn fand. Fertig. Ja, aber ich glaube, also, ich habe eigentlich wieder, mal wieder alles schon gesagt, was ich hier dann komprimiert sagen kann. Soll ich einfach mal anfangen, als Einleitung? Ja, bitte. Ja, also das schlimmste Zeichen für einen Horrorfilm, ist doch so jemand wie ich, der schon Angst hat, wenn, keine Ahnung, wenn man einen langen Gang lang fährt, oh Gott, wie viele langs? Und da kommt ein bisschen, werden 3000 Geigen drüber gefahren, das war jetzt ein kleiner Hinrichtung Shining, der da schon Todesangst hat und ich hatte hier, ich habe echt gedacht, dass der Film angenehm war. Es war am Anfang, die drei Viertel waren Drama, ähm, dann kommen zwischendrin kurz, ähm, wieder Rückblenden zum ersten Exorzisten, was ich vielleicht ganz nett finde, aber was eben nicht sein muss und, äh, irgendwie, der Film ist nicht totale Scheiße, also man kann kein Hatewatch draus machen, der Film ist aber auch, für Horrorfans, ich glaube, einfach ultra langweilig und belanglos und überhaupt nichts Besonderes und eine, eine Schande für das Exorzisten, für die Exorzistenreihe sozusagen, also das ist gut für mich, weil ich musste nicht so viel Angst haben, aber das ist wie gesagt ein sehr schlechtes Zeichen, ja. Ja, ähm, mein Fazit fällt eh nicht aus, ein Horrorfilm, über den, wo Schlogger sagt, da hat sie keine Angst, ist kein Horrorfilm, das ist, das ist, das ist ein Nichts, und, aber ich gebe dem Film auch, also, technisch ist er echt gut, ähm, und, ja, er ist so, so egal, ich glaube, das ist wirklich das Schlimmste an dem Film, dass er so egal ist, also ich, ich sehe jetzt auch nichts daran, wo ich mich ja richtig schon dran aufhaten kann, es ist ein Wort egal, ähm, es ist einfach so ein absoluter, so ein Nicht-Film, den, den hätte ich jetzt schon vergessen, wenn ich nicht noch eine Woche später jetzt über den Podcasten müsste. Ja, also dieser Film hätte mal besessen sein sollen, und dann so ein bisschen was machen lassen sollen, aber der Film war eben nicht besessen, sondern der war einfach nur so bedacht und kalkuliert. Deine Mutter guckt Exorzismusbekenntnis in der Hölle, schön hat sie es ja wahrscheinlich jetzt schon vergessen, das wäre mein Fazit. Max, wie sieht es bei dir aus? Ich habe gerade die ganze Zeit über was komplett anderes nachgedacht, tatsächlich, und zwar, Du kannst auch gerne über Käse tomen. Nee, 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 gar nicht über Käse tomen, mir ist nämlich gerade wieder eingefallen, du hast nach fünf oder sechs Minuten, hast du ja irgendwie so eine Brücke zum weißen Hai geschlagen, und das fand ich einen sehr interessanten Vergleich. Ich will jetzt hier so, mein Fazit geht, der ist langweilig, Punkt, Bums aus, Mickey Maus, aber ich hätte lieber noch so eine Abschlussfrage, mit der ich Zuhörende und vielleicht jetzt auch euch beide so in den verdienten Feierabend schicken will, warum glaubt ihr eigentlich, dass es manche Story-Typen gibt, wie jetzt Exorzismus oder Hai, die eben dann, also nicht ein zweites Mal funktionieren, und warum funktionieren sie nicht, und was müsste man anders machen, dass es funktionieren könnte, was hätte jetzt David Gordon Green mit diesem Film überraschenderweise anderes machen sollen, hätte er vielleicht unter Umständen, wäre das spannender gewesen, wenn der Film tatsächlich überhaupt am Ende gar keinen Exorzismus gezeigt hätte, sondern einfach nur, ähm, was weiß ich, Kinder, die im Wald verloren gehen, und dann in der Psychiatrie landen, keine Ahnung. Also, erste Idee von mir wäre, dreh es einfach um, ja, es geht um einen Dämonen, der von einem Katholiken gesetzt ist, das wäre schon interessant. Das ist dann eine Story of my life, oder was? Ja, genau. Und, ähm, ich glaube einfach, dass jetzt Exorzist und der weiße Hai, äh, hatten, in Anführungszeichen, vielleicht Glück, oder waren auch einfach so gut, und sie kamen zur perfekten Zeit. Ja, aber, das könnte es gewesen sein. ist es nicht irgendwie bezeichnet, da kommen dann immer irgendwelche, das ist ja, ist ja gerade bei Exorzismusfilmen, ist es so, dass da eigentlich bloß Müll produziert wird. Also, ich meine, ich kenne natürlich jetzt nicht alle Exorzistenfilme, aber, so. Also, man muss auch vielleicht sagen, es gibt ja auch, äh, wirklich gute Filme, die jetzt nicht so im Genre des Horrorfilms beheimatet sind. Also, der Requiem von Christian Schmidt, ne, der, ne, die sollte man da austauschen. Aber, äh, tatsächlich, finde ich es gar nicht so schlecht, dass du sowas hier nennst, weil vielleicht ist das tatsächlich die Rettung des Exorzismus, Horrorfilms, weil ist ein Exorzismus an sich nicht eh immer irgendwie mit, mit Horror verbunden? Von dem her. Ich weiß es nicht, äh, du, 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 am Sonntag glattagswahl, da freu ich mich schon drauf, leck mich am Arsch, ob ich da überhaupt noch auf die Straße darf, ohne ausgepeitscht zu werden, das weiß ich nicht. Mal schauen. Okay. Also, pass auf, ähm, ich glaube, wir haben jetzt, äh, gut auf den Punkt, also nicht auf den Punkt gebracht, aber gut zumindest, äh, ausgedehnt gesagt, dass wir alle drei eher enttäuscht von dem Film sind, sagen aber auch, es ist kein Unfilm, es ist kein schrecklicher Film, ich will, ich will, ich will Unfilm sagen. Also, das, was du meintest, er ist geschrumpft, das unterstreich ich zweimal. Es gibt wenige Filme, die nach einer Woche irgendwie, er ist mir egal, aber er hat mich aufgeregt gleichzeitig. Die ist wie mein Chef. Ja, also. Das geschrumpft hat mich aufgeregt, das würde mich eher, erinnert mich an was anderes, aber das gehört ihm. Also, ich will nur kurz sagen, dass ich, dass ich Max' Fragen natürlich sehr interessant finde, aber, wenn wir dieses Fass hier aufmachen, dann wird die Besprechung hier noch 100 Stunden. Du willst ja bloß ins Bett. Nee, ich will, ja, äh, auch, ähm, damit ich meine Exorzistenposter endlich wieder angucken kann. Und dann, aber ich finde die Frage sehr spannend und möchte die hier nicht anreißen, weil ich dann viel länger darüber diskutieren möchte. Und über, jetzt zu Stus, äh, Outro, damit wir da wieder zurückkommen. Wir haben jetzt wirklich gesagt, wir, wir waren nicht enttäuscht. Ich war gar nicht enttäuscht, ich war ja froh, weil ich war nicht gegruselt. Aber es war halt ein sehr belangloser Film, den ich direkt, als ich aufstand, äh, und den Kinosaal verließ, schon vergessen hatte, sozusagen. Ja. Vielen Dank, ihr da draußen, fürs Zuhören, für unsere Besprechung von, äh, 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 Oh Gott. Vielen Dank für, nochmal. Damit sind wir jetzt endgültig durch. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Denkt dran, Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt. Ich sage Tschüss, dann sagt der Max Tschüss und das bitte schnell und dem Schlogger gewöhnt das letzte Wort. Tschüss. Deine Mutter lutscht Likes in der Hölle. Ich darf am Ende noch kurz Werbung dranhängen und zwar, Johanna Baumann ist mein Name und Schlogger ist mein Künstlname. Ihr findet meine Sachen auf Schlogger.de, im Schlogger-Shop oder auf Social Media unter The Schlogger, wie der englische Artikel und zwar auf Twitter beziehungsweise X, oh Gott, ich werde mich noch nie dran gewöhnen, Instagram und Facebook und auch unter dem Namen Schlogger auf Blue Sky. Danke fürs Zuhören und wir hören uns bei der nächsten Besprechung. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Applaus Applaus Vielen Dank.